Zeugenaufruf der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Auf diesem Parkplatz an der Berliner Straße in Salzgitter wurde Ende Januar ein junger Mann erschossen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt nun gegen einen 33-jährigen Salzgitteraner. Die tödlichen Schüsse fielen am Samstag, den 26. Januar. Gegen 20.35 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine regungslose Person am Boden ein. Einen Tag später wurde ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Was weiß man bei der Staatsanwaltschaft über die Hintergründe der Tat? Die Hintergründe der Tat sind für uns noch nicht völlig klar. Wir gehen im Moment davon aus, dass der Täter geschossen hat, weil er mit der Liebesbeziehung des Opfers zur Schwester des Täters nicht einverstanden war. Ein möglicher Hintergrund könnte darin liegen, dass der Täter Moslem ist, während es sich bei dem Opfer um einen Jesiden handelt. Wurde die Tatwaffe schon gefunden? Wir haben die Tatwaffe bislang nicht gefunden und sind auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Ich möchte deshalb an dieser Stelle alle Zeugen aufrufen, die gegebenenfalls Beobachtungen zur Tatzeit in der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt gemacht haben, die in irgendeinem Zusammenhang zur Tat stehen könnten, sich bei der Polizeiinspektion Salzgitter zu melden. Diese ist telefonisch unter 05341 18 970 zu erreichen.